Mein Name ist Reinhard Kohn. Ich mache die Tourbegleitung. Als wir heute Morgen losgefahren sind, habe ich Ihnen erzählt, das war für eine Eingriffung für Senioren, dass wir dorthin fahren. Und er sagte, das wäre ja toll hier in Deutschland, weil normalerweise in Ihrem Land, in Tahiti, kommen die Senioren immer zu den Musikern hin, wenn sie Konzerte machen. Die Gruppe heißt Tua Ura und das bedeutet Rote Krieger. Die Fahra My Tera, this is a song for all the people just in the morning waking up with the sun coming up and it is time for everybody to wake up and have a little lunch and go to work or do their job. Die Fahra My Tera Die Fahra My Tera Kommt noch weitere Gäste. Ja, kommt heran. Herzlich willkommen. Und das Lied, das handelt eben kaum mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Versuch mal nachzusprechen. Okay, das geht slowly. Das heißt, die roten Krieger. Wenn ich es richtig verstanden habe, es gab eben Krieger oder auch Untertan eines Königs, die eigentlich alles das machten, was der König vorgeschrieben hat. Das ist der Berg. Das bedeutet der Berg. Und wenn es regnet, geht es auf das Seé. Okay, dann geht das Wasser wieder ab in die See. Das bedeutet die Wellen, das Meer. Und es gibt drei verschiedene Berge, die drei bedeutenden Berge, Polynesiens verkörpern diese drei Zeichen. Ja, Hawaii, Hawaii, Rapa Nui, Rapa Nui, New Zealand. Und in der Mitte, Tahiti. Tahiti ist in der Mitte. Und das alles auf einem Arm. Ja, und das Tattoo, das zeigt dann, woher du eigentlich kommst. Von welcher Inselgruppe du kommst. Sodass sich jeder sofort erkennt, du kannst dann über die Straße laufen, brauchst gar nichts sagen. Jeder weiß, er kommt aus Tahiti. Jemand hat ein anderes Tattoo, der weiß, er kommt aus Neuseeland. Jemand hat ein anderes Tattoo, der weiß, er kommt aus. Und am Ende, auf die Knie, die beiden Hände. Ja, ein Magnetis. Jemand hat ein anderes Tattoo, der weiß, er kommt aus. Ja, ein Magnetis. Jemand hat ein radisch. Ja, ein Magnetis. Ja, ein Magnetis. Ja, ein Magnetis. Untertitelung des ZDF, 2020